Wollen Sie Karriere machen? Natürlich. Wofür? Ich will von Ihnen wissen, warum ich gefeuert werde. Wenn Sie wollen, können wir das heute Abend besprechen. Kein Wort zu nehmen. Ist nur ein Job. Nur ein beschissener Job. Ich habe dem Headhunter von der Global in Frankfurt den Tipp gegeben, weil ich möchte, dass Sie dort arbeiten. Vielleicht brauche ich auch mal einen Gefallen. Ja, Annalika. Wir kommen in dem Team. Be hungry, be aggressive, be ambitious, guys. Work with your heart. Hat er gekauft? 20% Bitches. Meine neue Kollegen wollen Informationen von Ihnen. Halt es zurück, bitte. Jana, ich vermisse dich. Ich vermisse dich so sehr. Du und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Keine Loyalität. Was wolltest du runterladen? Ich schmeiß dich morgen aus dem Team. Sie wollen meiner Karriere helfen. Aber diese Belege sind krass. Wenn das rauskommt, dann gehen wir in den Knast. Jana ist meine wichtigste Mitarbeiterin. Ich brauche sie. Wir beide gehen hier kein Risiko hin. Die bringen Leute in den Knast. Gib sie mir. Nein. Nein. Sie haben mich mal gefragt, warum ich Karriere machen will. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber ich brauche es.